Yo, yo, check, check, yeah, okay, ähm, hier, kleine Reflexion, Rap-Reflexion zum Thema. Yeah, Deutschland, 2017 ist erst drei Tage alt und du bist immer nach Deutschland, was ist los? Ja, der Bulle sagt, ich bin kein Nazi, aber du musst da rüber. Zur anderen Tür, da wär' ich jetzt lieber nicht aggressiv, klar. Wäre ich ein Afri, ich würde ihn anschauen. Halt ihn für Abschaum, wer flucht seinen Stammbaum. Und ein Rassist sagt, ich bin kein Nazi, aber es geht halt nicht anders. Das sind halt die, die den Stress immer anfangen. Aha, ich bin kein Afri, aber an dieser Allmann sind anstrengend und mehrheitlich ein Problem, wenn sie sich in Kommentaren versammeln. Der Bulle sagt, ich bin kein Nazi, aber du bist nicht blass genug. Lass mal deinen Ausweis sehen, wir haben die Macht dazu. Ich bin kein Afri, aber manchmal wär' ich gern einer, denn ich bin zwar weiß, doch will ich nicht auf eurer Seite stehen. Der Politiker sagt, ich bin kein Nazi, aber was sollen wir machen? Die, die uns noch wählen, wählen, ansonsten halt diese Antrifft. Der Journalist sagt, ich bin kein Nazi, aber was soll ich schreiben? Mein Chef macht Stress, weil uns die Leser sonst weiden. Und ein Afri sagt, ach was weiß ich, denn ich sprech vorsichtshalber nur mit Menschen, die so blass wie ich sind. Ja. Ja. Ja, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll.